Nach langem Suche haben wir in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Erhaltungsprogramm endlich ein passendes Weibchen für uns ein herziger, zwärtsiger Neffchen Männchen gefunden, den wir heute übergesellschaften würden. Das heisst, sie war bei uns zuerst in Quarantäne, hat alle Tests bestanden. Das ist ein gesundes Tier, den wir heute mit diesem Männchen zusammenführen wollen. Die Tests die ja Expert двухseminharische Erhaltung und das Götchen der Erhaltung. Die Tests die ja Expert beinhaltet. Die Tests die ja Expert beinhaltet. Sie sind so auf die Überraschung, diese Services und Palen. Sie sind so auf der Graschung. Sie sind so auf die Doppelkantig. Sie sind so auf die Doppelkantig. Nach unserer Zusammenführung hat es nach dem ersten Blickkontakt bereits schon beim Mendegläubig funkt. Er hat bereits die ersten Anlöfungssuche gemacht, es ist bereits auch schon fast zu einem Körperkontakt gekommen. Das Wied ist zwar noch ein bisschen vorsichtig, aber wir sind zugesichtlich und werden jetzt natürlich die nächsten Tage schauen, wie sich das Ganze entwickelt wird. e Erlich. Vielen Dank.